Mordi Kiki auch Kiki Dankeschön der Breitoreia so wirklich so Da fahrst du einmal hier und zurück, aber dann kannst du dir einmal tanken gehen. Ein Witz, Alter. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat mit dem Buser. Bin wirklich gespannt. Bin ich wirklich, wirklich gespannt. Aber ich glaube, bei der Mission mit O'Brien, ich glaube, da hat es ein bisschen was zu tun mit einer Herde. Weil das ist so viel Kack auf einmal, das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Das scheiß fucking Herde, nur wegen dem scheiß O'Brien. Du wolltest mal ihm wieder helfen, super. Und vielleicht muss man gar nicht die Herde mehr machen. Nee, die Herde vorhanden, aber man schaut, dass man schön, sehr fleißig ist und alles. Noch möglich. Ah, auch nett. Interessant. Ah, da gibt es einen eigenen Pass. Entschuldigung. Also, da könnten sie sich aber auch ordentlich verstecken. Na warte. Na warte. Na warte. Das nehmen wir sie aber jetzt am Wied. Wie, hattet ihr keine Zeit, in euren beheizten Bunkern eine Runde Dame zu spielen? Was für Luxus-Probleme. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkappen lassen. Mhm. Das ist nun einmal fertig. Das bauen ja noch nicht einmal die Gegner. Interessant. Das ist richtig scheiße. Probieren wir das mit dem Booser. Vielleicht funktioniert das ja. Wenigstens dies. Könnte ja funktionieren. Vielleicht dauert der halt auch einfach nur die Bereichen wenig, bis der fertig ist. Ich glaube sehr weniger. Und wie können wir ihn jetzt anfunken? Ah ja. Gar nicht. Jetzt hat es mir definitiv die Stimmung außen gehört. Definitiv von dem Spiel. Kann man noch irgendwo hin, oder? Lassmuskel Thomas Krupp gilt Thomas Krupp Prozent vielleicht die Jünger waren einmal eines Tages können wir doch mal vorbeischauen dann passt doch alles hoffe ich mal zumindest also richtig nahe so wenigstens alle Missionen machen könnten ihn Prozent jetzt sind die Gegner mal kommen oder was das ist der einzige Gegner ich glaube obwohl er haben kann ah dann oi 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 wenn wir ja oi ist das aber das Ich bin der Rest von mir. muss ich wirklich sagen, ich scheiße jetzt auf das Spiel, ganz ehrlich, ich scheiße jetzt wirklich ganz kurz noch mal drauf, vielleicht zeig ich morgen, vielleicht zeig ich irgendwas anderes, das hier finde ich wirklich frechert, na gut, dann würde ich mal sagen, haut rein, bis